Ich möchte jetzt ein kurzes Video über diese Taktiken, wie man früher gedüngt hat, wo man noch ohne Traktoren und ohne Autos gewirtschaftet hat. Und diese Taktiken hat Gott, selbst Moses, befohlen, dass man so wirtschaften kann in Kanaan, weil da wird der Ernteertrag immer gut sein. Und das haben die jahrelang eingehalten, die Ungarn auch. Und ohne Traktor, ohne Auto, ohne Maschinen wurden die Kohlenspeicher immer voll. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben mit Geschichte, nicht nur Moses Gesetze, sondern mit Geschichte, Fakten, dass das so war. Und der Staat hat das gelöscht, alles, und hat gesagt, die Bauern sollen lieber hungern und krepieren, weil sie Viecher sind. Ich habe die Bücher noch im Kopf, alles im Kopf, aber ich werde versuchen, das jetzt in zwei Blättern niederzuzeichnen als Ratschlag. Und wer meine Bücher löscht als Staatsmann, dass die Bauern Viecher sind und alle Arbeiterklasse Viecher sind, aber sie da oben, sie da oben tun nur Kinder vergewaltigen und Leute enteignen. Und von den Bauern, was der Bauer halt gemacht hat früher, davon haben sie ja auch gegessen. Und deren Steuer, davon wuchern sie ja. Und wenn man sowas sagt, dass die Bauern Viecher sind und die Arbeiterklasse, die sollen krepieren, und wenn sie die kaputt machen, da gibt es vielleicht dann Genspritzen und Genkost. Aber da bin ich gespannt, was für kranke Kinder nach einer Weile auf der Welt kommen. Ich glaube nicht, dass die gesund sind, weder seelisch, weder körperlich. Ganz von Anfang an. Auf Ungarisch hat man Ugar dazu gesagt, Ugar Santo. Das heißt, von der Bibel nach hat Gott befohlen, Ich mache jetzt ein rundes Feld, aber man kann auch, wenn das Blatt, jetzt das Blatt, das Blatt, jeder Bauer weiß, was Hektar ist. Hektar ist so ein Landstück. Wenn das, das Blatt, dein Hektar Land ist, kann man das in vier Teile teilen. Ich werde nicht nur erklären, was Gott gesagt hat, sondern warum es gesagt hat und wieso das so gut ist, wir alles erklären. Kann man das in vier Teile teilen. Gott hat befohlen, ein Teil sollt ihr jedes Jahr, jedes Jahr ein Teil von den Kuchen oder Feldern, also ich habe einen runden Kuchen, dass man das besser versteht, das ist ein Viertel, zwei Viertel, drei Viertel, vier Viertel. Ein Teil von den Feldern sollt ihr ein Jahr lang immer ruhen lassen. Dieses Land war der Ugar, was gerade geruht hat. Ugar, so hat man das genannt, Santo. So, da darf man nicht drauf gehen, dieses Jahr. Hier kannst du bewirtschaften und dann hat man das so nach der Uhrzeit nachgewechselt. Also, nächstes Jahr war das Feld, das Ugar, das hat geruht und nächstes Jahr hat das Feld geruht und nächstes Jahr hat das Feld geruht. Und dann fangen wir von vorne an. Jedes Jahr hat ein Feld geruht und man durfte drei Felder immer bewirtschaften. Und jetzt kommt der Grund, warum. Und was, was ich sage und Gott befohlen hat, hat immer, immer einen Grund. Und das kann jeder Biologe nachprüfen, wer das mal ausprobieren würde, dass Gott nicht blöd ist, euer Vater, und das alles einen Sinn hat. Dieses Feld, wenn man das jetzt als Ugar dieses Jahr einteilt, darf man nicht bewirtschaften. Wenn da Bäume an Rand sind, hier sind Bäume, man hat immer an Feldrand, da war in Ungarn ein Wasserkraben, wo Bäume waren. Das war immer so, das hatte einen Sinn. An Feldrand waren immer Wasserkraben mit Bäumen. Die haben Obst und Schatten und Bienen und Fliegen und Würmer dahin gezogen an Wasserkraben. Die haben dann auch ihre Apfel, wie sagt man, abgedüngt, also abgefallen. Die durfte man nicht abpflücken, die Bäume. Und nicht, die Bäume durfte man an Wasser graben, hier an Straßenrand. Nicht absägen und so. Das war biologisch, so für die Käfer und Bienen gedacht, als Schutz. Das Ugar, dieses Jahr, sagt man, ist das das Ugar, wuchs voll mit Gras, Gras und Unkraut auch. Und ein einziges Mal, wenn das Unkraut so groß war, dass man das senzen konnte, hat man das abgesenzt. Also das musste schon Minimum so von hier bis so 50, ein halbes Meter sein. So Juni, Juli hat man das abgesenzt und hat man liegen lassen. Es hat gerottet, gerottet. Man hat das nicht aufgeballt, einfach liegen lassen. Dann hat man die Äpfel oder biologische Dünger wie Kuhmist und allen Biomüll direkt nur draufgeschmissen. Also hier das Land, man hatte Viecher zu Hause. Hat man ein Jahr lang mit Mist, also nicht auf einen Haufen, sondern so verteilt. Da gibt es so Geräte, die so wirbeln und da hat man den Kuhmist so rausgewirbelt, schön gleichmäßig immer verteilt. Ein Jahr lang hat man das gemacht und nur einmal durfte man das senzen, nur einmal. Und dann, das Feld wurde, hier an Straßenrand hat man gar nichts gemacht. Da haben die Bienen überlebt und die Viecher. Hier haben sich all diese biologische Dünger wie Kalzium und alles Mögliche, was man braucht, gesammelt. Und das hat sogar gerottet, gestunken, das Feld. Und das war sehr gut, die Bienen konnten dann hier überleben und all die Käfer und so. Und diese Felder wuchsen und diese Felder wurden von Käfern nicht befallen, weil die Käfer und Bienen sind alle hier hingegangen, wo das Gras wuchs und wo das gestunken hat. Alle Viecher sind auf das Feld gegangen, auf das Feld. Man brauchte nicht spritzen, diese Felder waren ohne Viecher, weil die Viecher, egal ob Würmer oder Käfer, gehen dahin, was halt wuchert mit Dünger, Biodünger, nicht chemistische Dünger, was wuchert von Gräsern, Gras, Äpfelbäumen und Dünger, da gehen alle Viecher hin. Da braucht man diese Felder nicht spritzen, alle Viecher haben hier auf diesem Feld gelebt. Dann hat man Weihnachten, so in Ungarn ist halt ein anderes Klima, da ist bis Weihnachten sehr warm, Ende November hat man das eingepflügt. Alles eingepflügt. Ende November hat man das alles eingepflügt. Alles. Und dann hat man das gewechselt, so. Und nächstes Jahr konnte man hier aussehen. Und es ist bewiesen, es ist bewiesen, dass dieses Feld, was das Ugar war, mit Biodünger. Und dann ist dann, wenn man das hier weiter rückt, ist das dann das Ugar. Und dann hat man auch wieder drei Felder. Und ein Jahr wird immer eingedüngt, so. Aber nächstes Jahr, wenn du auf dieses Feld aussiehst, jetzt von der Seite, wenn hier vier Felder sind, von der Seite oder wie sagt man, das war das Ugar, Ugar, wo der Biodünger eingedüngt wurde dann, war, wenn man jetzt Mais gemacht hat, man konnte sehen, Mais wird so max drei Meter, wenn das wirklich gut ist, drei Meter. Das Feld, wo Dünger drauf war und eingesät war, war das größte, der größte Ertrag hat das Feld gebracht, der Ugar. Die anderen Felder waren auch gut, sagen wir mal, zwei Meter. Und das ging immer so rückgängig hier, jetzt sagen wir mal, das dritte, was vor drei Jahren eingedüngt war, da sagen wir mal, ein Meter siebzig, die Höhe. Das Feld war aber das Beste und dann hat man das als Ugar verwendet und gedüngt und gemacht und überall war an den Feldern Straßenrand, was aufgeteilt war, Wasserkraben mit Bäumen und dann war das das Ugar. Und diese Taktik hat Jahrtausende, Jahrtausende ohne Traktoren, ohne digitalen Shit und Gen-Shit, ohne Computer, ohne Traktoren, Auto und Maschinen, hat Jahrtausende Völker ernährt, Jahrtausende. Und ich sage nur eins, dieser eine Ertrag von Einfeld hat die Kornscheune voll gemacht, die anderen waren die Zweitklässler, aber Zweitklässler ist auch gut, das haben die dann billiger verkauft, aber man hatte trotzdem drei Felder Korn. Das war Erstklasse immer, das war immer Erstklasse und dann die Zweitklasse. Aber wenn man das halt nicht mehr einhält, da verteilen sich die Viecher nirgends mehr, sondern auf dem ganzen Feld, weil die Viecher haben keinen Rückzug, wo sie sich rückziehen können. Wenn man kein Ugar hält, kein Gras und Bäume für die Viecher auffällt, da gehen die Viecher auf das Korn drauf. Und wenn die Viecher auf das Korn draufgehen, dann muss man spritzen. Und das Ugar hat das auch, wie sagt man, verhindert, dass die Viecher halt durcheinander fressen und so. Und das war Biodünger, biologische Dünger, wo Kalzium und alles drin war. Und man hat früher gewusst ganz genau, wie man ein Jahr lang den Dünger verteilt. Pferdemist hat mehr die Pflanzen angegriffen, man musste aufpassen. Kuhmist konnte man dicker auftragen, Pferdemist dünner, weil da ist mehr so Zeug drin, was die Pflanzen ausbrennt, wenn Hitze ist. Man hat das alles so gemacht und es war gut. Besser so wirtschaften, als wenn man alle vier Felder einsät und dann alle vier Felder mit Gottesplagen ausbrennen und mit Heuschrecken und Viecher angegriffen wird. Und man hat dann gar keinen Ertrag. Kein Feld ist dann da. Kein Regen. Und wenn Plagen kommen mit Viecherplagen in Ungarn, gibt es auch Viecher, die dann wissen, wo sie hingehen und greifen die Pflanzen an. Und das Ugar hat das, wie sagt man halt, verhindert, dass Viecher die Ernte eingreift, weil die haben da gelebt, immer auf dem Ugar. Viecher gehen automatisch dahin, wo Mist ist, Dünge und Apfel und Gras. Und das ist wirtschaftlich bewiesen, biologisch bewiesen. Gott hat alles befohlen, dass es einen Sinn hat. Und das hat Jahrtausende ohne Traktoren die Leute ernährt. Und darüber habe ich Bücher geschrieben. Und da hieß es, Fresse trägst Jude, dein Gott existiert nie. Wir machen Genmittel. Da sollen sie ihre gen-digitale Scheiße einführen. Und wenn dann dreiköpfige Kinder geboren werden, mit behinderten Denkweise, das ist denen auch egal. Was die machen, ist gegen Gott. Und wenn sie Gott weiterlästern, der alles erschaffen hat, der hat alles erschaffen. Und mit Grund, weil der Schaffer, der Schöpfer weiß sein Schaffen, wie sein Schaffen funktioniert, der das erschaffen hat. Und ich sage an Orban Victor, den Geisteskranken, dass Gottes Ratschlag kein Mietvertrag ist. Und wenn sie nur mit asozialen Huren rumhuren und mit Gottes heiligen Leuten nicht kooperieren können und Gottes Ratschläge nicht annehmen können und denken, dass sie Götter sind und über Gott regieren wollen, da bringen sie die ganze Welt in Schutt und Asche und die Plagen gehen weiter. Wer klüger sein will wie Gott und Gottes Ratschlag als Mietvertrag an, wie sagt man halt, weil Orban Victor und viele New World Order, ich kenne ihre Gedankweise, denken, dass sie Götter sind und sie die Leute lenken wie Schafe, nur mit ihren Plänen. Und dass kein anderer was zu sagen hat, nur die New World Order, das ist eine Denkweise von Satan. Wie Dr. Trabik sagt, die Satanisten glauben, dass sie Götter sind und die Menschen dumme, leitbare Viecher. Aber Gott hat das letzte Wort, der die Viecher sogar erschaffen hat und sogar die Menschen und die Erde und die Galaxie. Und wer nur mit dummen Huren und Mördern kooperieren kann und nicht Gottes Ratschläge anhören kann, die Agra-Blehne, und hier durcheinander, durcheinander Agra-Shit einführt, wie die Politiker. Ich habe nichts befohlen, was sie jetzt machen, dass die Bauern nicht wirtschaften dürfen. Das habe ich nicht befohlen. Sie hören einfach meine Ratschläge nicht an, führen durcheinander falsche Gesetze ein und es geht alles kaputt. Was die Politik macht momentan, ist ein Kabarett. Und wenn Politiker sich nur mit Huren niedersetzen und Politiker sich nur mit Mördern niedersetzen und nicht einmal eine Diplomantin, die wirklich Agra-Politologie noch nebenbei studiert hat, sich niedersetzen kann, da sind sie keine Menschen, weder Männer. Ein Mann, der Mann ist, setzt sich nicht nur mit behinderten Huren nieder, die man leiten kann nach links und rechts, ein Mann, der von Gott ist, setzt sich nieder mit heiligen Leuten und hört sie an. Das ist ein Unterschied. Und wenn ihr euch nur mit euren behinderten Huren euch niedersetzt, die man nach links und rechts leitet und die überhaupt kein Wissen haben, die überhaupt nichts verstehen, das ist so ein Kindergartenkabarett. Da sollte digitales Geld einführen. Man kann kein digitales Geld fressen. Die Plagen gehen weiter. Und so viele Genprodukte könnte nicht produzieren, dass man mit Genprodukten die Bevölkerung ernähren kann. Das ist unvorstellbar. Da wird man krank und stirbt man. Und jeder Mann, der Mann sollte sich freuen, dass Gott existiert und Gott helfen will mit Ratschlägen und Plänen, dass es jedem gut geht. Aber anstatt sich zu freuen, wollen sie weiser sein als Gott und bringen dann euren Retter um und versuchen Gott niederzustechen, wie jedes behinderte Volk hat alle Propheten umgebracht. Und dann gingen die Plagen los. Das hat gar keinen Sinn, was sie machen. Was sie machen, ist schlimmer wie in Moses Zeit der Pharao, der abgewartet hat, dass alles mit Plagen sein ganzes Reich in Schutt und Asche versunken ist. Und das warten sie jetzt, glaube ich, auch ab. Und das ist eine Schande.